Wenn Sie sich dieses Video ansehen, wollen Sie sicherlich wissen, wie Sie Bilder zu PDF-Dateien auf dem Mac hinzufügen. Eigentlich ist es ganz einfach, solange Sie das richtige, professionelle PDF-Programm nutzen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie mit PDF-Element Bilder zu einer PDF-Datei auf dem Mac hinzufügen. Folgen Sie mir! Öffnen Sie zunächst Ihre Datei mit PDF-Element für Mac. Wechseln Sie nun zum Bearbeiten-Menü. Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Bild hinzufügen-Knopf. Wählen Sie dann Ihr gewünschtes Bild aus und klicken Sie auf Öffnen. Das Bild wurde hier nun direkt hinzugefügt. Sie können die Bildgröße anpassen. Über die Einstellungsleiste auf der rechten Seite können Sie das Bild drehen. Wenn Sie das Bild ersetzen oder extrahieren möchten, verwenden Sie einfach diese Knöpfe. Wenn Sie das Bild zuschneiden möchten, klicken Sie auf den Zuschneiden-Knopf. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen Rahmen, um den gewünschten Bereich auszuwählen. Drücken Sie dann auf Zuschneiden. Das ist alles! Falls Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie uns unten Ihre Kommentare. Vergessen Sie nicht, dieses Video mit Gefällt mir zu markieren und unseren Kanal für noch mehr PDF-Tipps und Tricks zu abonnieren. Wenn Sie noch keine Kopie von PDF-Element besitzen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um PDF-Element kostenlos auszuprobieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!